hier haben wir in der Koppel ich weiß gar nicht was ich sagen soll wir sagen fangen wir gleich mal an mit der neuen Folge dann würde ich sagen ich habe nur vier Herzen, 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 lass mich durch ja, hallo auch von meiner Seite aus ich glaube du bist hallo auch von meiner Seite aus ich bin gerade noch nicht zur Begrüßung gekommen warte mir, warte mir, warte mir, warte mir, warte mir fast essen? ja, habe ich auch ok, weil du hast mir nicht wiedergegeben sein egal, ich habe jetzt noch voll und ich habe jetzt kein Essen mehr ach, nein, sind Skelette ich habe, ich habe mir, ja was erschossen sag mal, mein Sachen los gleich, guck, ich muss die erstmal töten denn die Walker sind nicht, sind nicht schwach ich bin jetzt auch tot, ich bin auch tot ich muss rennen, ich kann ihn aber nicht mitnehmen ich renne erstmal da sonst sind ja die von uns beiden weg, die Items ich habe jetzt mal zugebaut ich wurde runtergeschossen zwei Herzen weißt du, wie man hier hinkommt? ich habe meine Level aber immer noch cool ich bin ey, du musst nicht beeilen, ok ich habe es nicht geschafft, allein dann gebe ich dir gleich eine Waffe, ok ja ich habe mit Sprinten nicht immer auf der auf dem Mausrad einmal raufklicken und jetzt ist es immer noch auf Doppel W jetzt und man kann es auch nicht umstellen, wie ich werde auch keine Hintergrundmusik reinhauen, ich lasse einfach hier normale bei Minecraft, äh, Sounds durchlaufen wenn es euch stört, sagt es, hier ei scheiße ich weiß eben, ich habe, was denn Waffe, Waffe welche Waffe, es willst du, Iron Big Sound oder Gleif? Gleif ok ich habe aber auch nicht mehr so viel Leben wegen Essen ich habe auch fast nichts mehr ich gehe jetzt hoch hey, hast du dein Item verloren? ja, ich habe die aufges- äh wie? oh, ich bin tot und das hat er lange gehalten ja, aber auch nochmal so ja, ich sehe schon, dass wir eine scheiß Folge ja was? bei mir ist, ey, Skype geht nicht, nein ah, ja, jetzt geht Skype wieder aus, so war hier eine Art Störung du wirst aber, du wirst gekickt gleich ja, ok, ich werde gekickt ich weiß gar nicht, was gerade los ist, aber Setzen, Cut, Setzen, Cut immerhin war jetzt schnell wieder drin ok warte, 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 30 so, so, da sind wir wieder nach einem kurzen Cut Termino ist, äh, vom Server geflogen, aus irgendwelchen Gründen Scheife im Internet obwohl wir nebeneinander sitzen und im Laden ja ja also wahrscheinlich nicht, aber, äh ja, weil wir werden, wir werden die ganze Videos hier nicht aktuell aufnehmen, also weil wir werden ein paar voraufnehmen, weil wir wollen, haben keine Lust, uns alle Parteien zu treffen ja denn also es wird doch nicht gehen, weil wir haben nicht immer Zeit und ich verliere jetzt auch schon S und Rot ey, äh, das Geläch, das Geläch hatte der Clave aufgesammelt du wirst so ich hab's geht ich hab's geht ja, ich hab's geklärt wer soll denn ein paar Blöcke rundherum ey, ich hab noch ne Eisen ich hab keine Blöcke, ich baue erstmal ein paar Abockel ja, ich ne, ich ne, Erde ey, hast du genug? ich baue jetzt ab hier ey, komm, ich hab hier eine andere Stelle gemacht, hier eine andere Stelle gemacht, da kommt man leichter rein die ist auch ein bisschen niedriger hast du meine, äh, Items? ne, ich will jetzt gehen ich komm drauf an, wie voll es ist, ob ich jetzt überhaupt schaff geil, ich hab ja aus irgendeinem Grund ah ja, das Geläch hat Pfeile gedrubbt seh ich mal, was der oh, 13 Schaden hat das gemacht, ein Schuss äh, hier, ich bin hier meine Sachen liegen da oben liegen da, cool ey, ich hab den Decker eingesammelt ich hab ein paar Sachen von dir eingesammelt ich, ich, ich weiß Sachen von dir raus ja, ich hab meine ganzen Sachen wieder alles? äh, egal, ich hab einfach, ähm egal, sagt er so äh, Hose das meine, dir, mein, mein Decker Decker ist, ach so, hier ähm ey, wollen wir ey, komm, lass dir noch mal einmal hier so ein bisschen durchgehen und dann aber auch weg, bevor wir noch öfter sterben wo bist du? warte mit so schon ey, das ist hier hell und so, hier sind die Welt drohen cool essen, richtig viel essen ey, komm mal bei mir rein da auch? ne, ne, ich hab gelutet schon da schon hier aber richtig viel oh, hier auch oh, hier auch oh, hier auch oh, guck in die Kisten rein paradies, ich sag dir paradies bei mir war ja auch schon richtig viel oh, hier sind auch Kuchen und Melonen und so oh, voll frest, lass mal von den Kuchen und die Melonen mitnehmen und so ich nehm die Melonen, nehmt mit, okay ja alter, wir haben paradies gefunden ich weiß schon, wie ich das nennen werde essens paradies paradies des Essens, oder so ja, werde ich mal gucken ähm ich guck mal, ob irgendwas noch in den Ofen drin ist aber wir können ein paar Ofen mitnehmen, oder? öffne, ja wir werden einfach alles mit, was wir kriegen richtig cool ich mach einfach ein paar Sachen weg lol, ich ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne ja ich brenne, ich brenne echt nicht cool, dass wir das hier gefunden haben äh, lass mal hier hochgehen wo hoch wo denn ach ne, hier waren wir von hier sind gekommen egal, wir können noch eine Etage höher, komm wer ist grad getötet? von Enderman nein, der hat auf mich hab gesehen mich aber auch eben egal voll cool, dass der Kuchen war das war richtig cool, dass wir das gekriegt haben ah hab ihn, ich hab Enderperle bekommen cool hier hoch ah, ach, 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 ach einfach ohne Pause drauf cool nimm die Essenzen immer mit echt, ich hab grad welche weggeschmissen äh, Water, Sands und äh, Fire, Sands, weil für wir brauchen auch Elektrik, Elektrik Sands für, äh, Flugstäbe ich hab Life, Sands jaja, nimm ich mit das Pink, voll cool kannst du mit, hier hinten ist was abbauen abbauen, ist vorne weil es vorne hab ich abgebaut nice, äh hier hinten, guck mal, wenn wir uns hier durchbauen das wieder was komm mal hier hoch siehst du das hier, weil man es da durchbaut jo so, verbaut aber das noch Gegner muss aufpassen kann ja wie well, lass dir wirklich kann ja ich abschließen, was wäre wie Pfeile hier sind ja keine Gegner, was auch so da oben, ah, hier, ich hab mich ja durchgebaut essen, 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 essen ich hab ein Backpack Backpack oh und ganz viel Pfeile Backpack und ganz viel Pfeile richtig cool ich hab ein Backpack ich hab ein Charming Table ich hab ein Backpack ich hab, ich hab Zinn und Kupfer ich hab ein klein Backpack das, das, der Platz von einer Truhe drin, guck mal alter, komm, ey guck mal, dreh dich mal um ja, warte, warte, warte oh richtig cool ich nehm ein Charming Table und so mit, ne Termino? ich hab ein schwarzen Backpack ich find das richtig cool ich wurde abgeschossen der ist richtig stark äh, da ist, ist der nicht das ist ein ganz normaler ja, der war aber richtig stark die immer, ey, guck mal ich, guck mal, hier in der Ecke warte, 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 warte da konnte ich mich durchbrauen jetzt hab ich den Black Backpack ich entschalte eben mein Schwert giftiger Kartoffel noch, ähm ah ja, wo denn ich hab noch, ich hab noch mehr Essen mach ich auch mein Dagger Dagger oder was hast, Achtung er hat ein Schokopedia gedroppt ähm ja, ich hab das jetzt Schärfe 3 drauf auf meinen Dagger ähm, hast, hast du Eisen? hast du Eisen? ich guck mal mein Backpack ja, 3 voll cool, der ich hab ein Schokopedia weißt, was macht was cool ist, ich hab den Backpack jetzt hab ich sozusagen eine hier, ich geb dir mal ein paar Sachen ja, nimm die bitte mit war eine Spinne ich hab ein Night Blue ey, ich mach eine Spinne One Hit damit äh, ich hab das auf mein Dagger drauf gemacht Schärfe 3 pack das mal bitte da rein das, äh, wichtig was die Sache ja, ja ein Backpack ja, äh, hinter dir sind noch Poison-Sense äh, mein Backpack ist jetzt voll aber ich hab ja auch noch meine Wetter ja so voll, da ist voll geil, dass wir das gefunden haben äh, wollen wir können ja noch ein Höher, ja äh, komm mal hier sind noch so ne Nebenräume oh, da ist was drin, da ist was drin, da ist was, komm her ich bin gleich tot rette mich hier sind auch noch welche hier sind noch mehr äh, pass auf da sind noch mehr ich, ich, ich renne ja mal weg, okay hier rein kannst du mich retten ich hab zwei Herzen ich esse ich esse ungebratenes egal hab sie, hab sie, hab sie das war ungebraten, aber egal soll ich darf knapp muss regenerieren ich hab Dark Nassistenz nice, fünf Stück ich hab, ich hab ne Vollrüstung Volleisen äh, wie Nein nicht und scheiße gar nicht von Eisen an die ich hab ja Leder brauchen hier wie man wissen Martin kurz Prozent ich kann ich habe ich habe einen Brustplatz mit Schutz er kann sie ja kommt mal her jetzt hier ist der Ofen mit Kohle drin da kann man das Essen dran blauer braten wir haben bis zu müssen bis zu das ist schon höher gegangen aber gut guck mich mal an ja voll gut mein Brustpanzer noch voll gut er hat die Mischung schützlicher 4 drauf ich habe ich habe Feuerschutz 3 und Schutz 4 und protection 4 aber auch meiner Hose schützt bei EGEL und Portis und Poison sind zumeist verkündet das war richtig cool dass ich das gefunden hatte jetzt werden ich baue mich schon mal höher der Backpack hat uns richtig geholfen pack da mal mein ganzes Chicken rein dann haben wir das gebraten dann haben wir auch keine Hungerprobleme mehr oh sieh was nein es war unnötig sich hochzubauen Redstone Lampen ich lasse es eben genau aber da drüben das sind wir wahrscheinlich so ne kleinen Räume wenn wir da höher gehen ey ey warte mal eben auf das Essen ok ja ich geh nur schon im Anhörung hier ich geh hier wahrscheinlich nochmal alle Räume hier durch ob hier irgendwo noch was ist da hier ist die Tasche wo die alle schlafen wahrscheinlich sieht so aus was hier schon in jedem Raum mhm ja echt also auf dieser einen Seite ich bin jetzt eine Dingshör hier ist ein Raum da geht's nach draußen ah da sind Betten das eine nur mit Kettenhemd mit Falsche 2 alle Anfänge schwer hast du da hingeworfen hier ist auch noch eine noch ein Ofen ich glaube wir nehmen ein paar Öfen mit dann können wir falls wir irgendwo anders sind dann mal diese Folge mal ein bisschen länger machen äh ich hab ein Wind Arrow Wind Arrow und ich hab noch einen guten Bogen was ist der End für ein wer ist der äh Crystal brauchen wir eigentlich dieses Gissel Green ey diese Crystal Bohnen der zieht so schnell durch mein Bogen der macht 13 Schaden und ich hab 17 Pfeile die hab ich mit dem Backpack zusammengefunden ey ich weiß gar nicht wie viel Schaden wie viel Schaden meiner macht das steht hier gar nicht siehst du doch wenn du einen abschießt ich will die verlieren was ist das denn mein Schwerd ah mein Schwerd ist kaputt dein Gutes ja ey ich kann ja meinen Big Thoth geben oder willst du meinen Clave haben Clave ist glaube ich besser ich komme jetzt auch wie bisher hochgegangen ey wie bisher hochgegangen wie bisher hochgegangen ich glaube das sind hier gerade ein paar zu viele Hörer hoffentlich stirbst du nicht doch ich hab Langsamkeit halbes Herz tot oh nein kacke geh da hoch geh da hoch geh da hoch was ist was gutes dabei ja mein ganzes Rüstung alles mega gut ja ich versuche so viel zu retten wie es geht ich glaube wir müssen so lange so noch den Part beenden oder lass mal so einen längeren Part machen oder oder wann wir jetzt weitere ah äh lass einfach jetzt auch noch beenden und gleich noch ein machen okay dann würde ich sagen was jetzt mit der Folge er wird die jetzt ja gleich sehen ob er die Sachen wieder bekommt oder nicht dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge good show